Mel Merio ist Musikerin, Designerin und Journalistin. Derzeit hält sie sich in New York auf, wo sie als Korrespondentin der VIP-Lausch auf Puls 4 arbeitet. Ja hallo meine Lieben, einen ganz ganz lieben Gruß aus New York. New York ist echt super, also auch auf persönlicher Ebene hat sich sehr viel getan. Man kann in dieser Stadt extrem gut an sich arbeiten, also das ist wirklich super, weil es einfach so hektisch ist, sucht man auch mehr die Ruhe und kommt mehr zu sich. Eine neue Platte wird demnächst auch erscheinen und Mel fühlt sich in New York sichtlich wohl. Wann sie nach Wien zurückkehren wird, ist derzeit ungewiss. Ich würde nicht ewig dort bleiben, also ich habe jetzt gar nicht so den Plan, aber ich glaube es könnten zehn Jahre wirklich werden, also zeigt nur mein Gefühl. Dafür, dass sie Wien gehörig in New York repräsentiert, verleihen wir Mel, die Wienerin der Woche. Wann es und wieder nach Wienerin der Woche.